Bei mehreren Erdrutschen im südindischen Bundesstaat Kerala sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen und Hunderte werden laut Medienangaben noch vermisst. Ausgelöst wurden die Schlammlaminen am Dienstagmorgen an mehreren Orten durch heftige Monsunregenfälle. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde behindern die weiterhin anhaltenden Niederschläge die Rettungsarbeiten erheblich. Zudem wurden Straßen sowie unter anderem auch eine wichtige Brücke zerstört. Zwei Hubschrauber der indischen Luftwaffe wurden bereits zur Unterstützung der Rettungsarbeiten entsandt. Der indische Wetterdienst sagte weitere extrem starke Regenfälle in der Region voraus. Das Unglück weckt Erinnerungen, denn im südindischen Bundesstaat Kerala kamen bei einer der schlimmsten Überschwemmungen im Jahr 2018 fast 400 Menschen ums Leben. Untertitelung des ZDF-DF-Karmer